23. April Ich lag drei Wochen im Bett und Dr. Bolton musste jeden Tag zu mir kommen. Er meint, ich wäre sehr krank gewesen, doch es ginge mir jetzt besser. Ich sitze im Bett und mache meine Eintragungen mit Bleistift. Wenn ich wieder aufstehen kann, will ich alles in Tinte nachtragen. Herr Wilcox besuchte mich dreimal und brachte mir herrliche Trauben mit. Der Pfarrer besuchte mich einmal und schenkte mir ein Buch mit Bildern von Jesus. Wenn ich Jesus sehe, sieht er viel schöner aus als auf den Bildern. Susan ging, aber da ich krank war, musste ich mich nicht von ihr verabschieden. Welch ein Trost! Ich höre auf zu schreiben, ich bin müde. Ich gehe jetzt einfach mal nach. Vielen Dank.